Einen Flauschen Guntel wünsche euch und herzlich willkommen zu einem weiteren View hier auf meinem Kanal. In dem heutigen Video besprechen wir eine neue Kooperation von Fortnite für die Ikonenreihe. Fortnite tut nämlich jetzt mit Travis Scott kooperieren. Das ist ein US-amerikanischer Sänger wahrscheinlich und jetzt werden wir von ihm eine Kooperation mit Fortnite erhalten. Und so wie ich mir das vorstelle, werden wir die nächsten Wochen ein Skin vielleicht oder ein komplettes Bundle in den Itemshop bekommen. Ich denke mal nicht, dass wir ein In-Game-Live-Konzert von ihm erwarten können. Ich mache mir da nicht so große Hoffnungen, ich gehe nicht davon aus, aber wenn schon Ikonen, Serie oder Reihe dasteht, dann wird mindestens irgendwas in den Itemshop kommen. Was ist noch nicht bekannt, wir haben nur dieses Bild, das wurde jetzt in den Spieldateien gefunden und geleakt. Und in den nächsten Wochen werden wir dann von Travis Scott irgendwas im Itemshop wahrscheinlich erhalten. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr Travis Scott kennt. Ich kenne ihn jetzt nicht, aber es sind wahrscheinlich halt immer große, irgendwelche aus dem amerikanischen Raum, was man eh hier in Deutschland wahrscheinlich eh nicht so hört. Ich hoffe, ich konnte euch kurz und schnell informieren. Wenn ja, lasst eine positive Bewertung da und lasst gerne auch ein Abo und die Glocke da. Nehmt am besten die Glocke mit und aktiviert die dann, damit sie, wenn ihr unterwegs seid oder zu Hause, dann klingelt die einfach in eurer Hosentasche. Und dann wisst ihr ja Bescheid, ja, der Gangster-Bär hat wieder ein Video hochgeladen. Tragt gerne noch meinen Creator-Code, der TeddyBayer im Itemshop ein. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns morgen 15 Uhr zu einem neuen Video. Haut rein und ciao, Leute. Ciao, Leute. Ciao, Leute. Ciao, Leute.